Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GeorgTV. Heute ist eine großartige Legende von uns gegangen, namens John Miles. Eine Legende, die groß und kleine Menschen inspiriert hat mit der Musik. John Miles ist mit dem Song Music bekannt geworden und ist, hat uns das Management bekannt gegeben, mit 72 Jahren von uns gegangen. Er ist gestorben mitten in seiner Familie, es war ein friedlicher Tod, er ist eingeschlafen und war dann weg. Das Schönste dabei ist, dass er mit der Familie war, das heißt im Moment konnte die Familie sozusagen miterleben und sie waren mit ihm, was natürlich für John Miles sicherlich gut war. Er ist gestorben in der Stadt Newcastle und er ist auch von England, Großbritannien. Ich habe für euch die letzten Momente von John Miles rausgesucht, die ich euch gerne zeigen möchte. Im Endeffekt wünschen wir natürlich allen Familienangehörigen alles, alles Beste und viel Kraft. Ich war ehrlich gesagt neugierig und habe mir ein paar Songs von ihm angehört und ich muss dazu sagen, echtes Talent. Unglaubliche Stimme und echt schöne Songs. Songs, die immer leben werden. Auch wenn man in 100 Jahren mal die Musik anmacht, das ist Musik, die lebt. Großartiger Sänger, Musiker, krank. Aber wie wir alle wissen, gehen die Besten zuerst. Das ist bekannt, das ist einfach so. Und davor Mirko und jetzt John Miles. Hier die Aufnahmen, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Peace out. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.